Hallo Leute was geht hier ist wieder die Deppten Crew das Thema ich denke ich bin gerade so redet man gerade auf einmal yeah verkackt ja ich bin ich habe hier ist ein auch Mann ja alle hier rein los geht der Berger der Berger der Berger ich weiß nicht so, Rolf fahr'n nicht gegen wer ist jetzt ausgestiegen wer werfen Granate rüßt drauf der Berger der Berger bei der Hauptmannschaft der Berger ausgeteilt wir sind das ein Team er ist ja bei links seiner links seiner Wegseller sind überwachsen da ein aussteigen bleibt es steht Petro Brot gefordert Leute das ist einer ich kann nicht Oja datenol toll ich hab dich ins Visiten er ist jetzt alle ausgestattet es ist nicht wahr scheiß und gerade toll jetzt hat er sich sofort zurück weil ich hänge ja weil ich kann nicht wieder auch gelangt ihr kugelmann ob ich weiß aus Kugelmann doch aber das ist ein eine harte Anna um ein Gott der bleibt man jetzt scheiße sind die Blöds da oben kommt der Weiber so kreffen ist nur ein verstorben aber auch ja auch Jungen ich kann nur mehr aber ja vor allem der Tod war bei mir ab und vor okay es hat sich eine wiedergegeben davon liegt ich will schon hin und wiederbelebt aber das ist ja auch von hinten nur dort können wir gut das ist so ein Spezialitäten an einem Land ich war scheiße mit der Kürtelkünste dann war gut um dritte das war aber der Weg ist der Kappel aber auch der rechte Partie noch zwei Prozent auch keiner von uns traurig umgelegt und das war's ich wollte mal vielleicht kriegen wir die Bombe noch kommen wo ich kann Kenzo auch auf Aufford auf auf und darf von der Ende und das die die Osterbäude ausbauen das liegt in der Aufwürfe für die Reihung Prozent der Böckchen namens der Nudel der Watsch ist ein Wiesel ist 8 Blödsinn aber auch von Ständen oder ein anderer ob auch die Stimmen ich habe den Anbieter oben aber ich kann halt nichts machen das war nicht wirklich gut dort egal wenn meine Hilfe bei Köln das ist auch scheiße Eider und Sporte wir haben zu spät dann hat mich als die Gäste ich stand auch richtig blöd gerade okay die sind oben auf dem Tor was er tun was ist das eigentlich für ein Turm ist aus dem Wasserturm oder was ist das da sind ja so viele Leute von überall her ich schätze ich schätze eher mal so ein Sender auch ich spawn' rast zur Seite oben ist er Nein einer ist oben da Scheiße Geh doch weg von mir schießt da mit dem Raketewerfer ins Haus Oberheim muss die Waffe wegzunehmen die Tröpfung heute mit alle eine Ertel herumtübe kann auch auch dann als er hat sich die Däge ist keine Wurzel auf dem Verkaufs anscheinend nicht ich weiß nicht ob er oben ist ich weiß nicht ob er hat man zu schauen vielleicht mal irgendwie verbieten oder so der Bauaufentumschutz einer ab welchem Turm genau ja auch dann ganz fettet da steht irgendeiner Karnatwerfer aus dem Markt und in der M3 hat 20 wir gab es im Haus da alles mit dem Achtung hat er achten es an das Haus was weil müsste zu beheizieren ich bin aber bei B jederzeit was heißt wir werden ich glaube ich habe die falsche Tarnung auch dran das ist gar keine Chance mit dem Wagen irgendwie sonst an der Oberaufentur das Sniper drauf dass er es ist wie auch sein wer ich überlegen die kommen am besten wissen Prozent ich habe Pläne zu tun aber kurz er geht ihm mit der Rp Gine das ist auch noch offen ich glaube ich bin hat sie runter ach geil oder ist das ich bin auch mal gerade bei B hier drin er hat der Markt hat Meier Tarnung für seine Waffe gehalten haben nur auf dem Ort auf dem Schafrall Ehe der F 2000 zu den Ligaer aus das Blau es kommen wollen wir das mal ich in der Bibel der Alters der Tatiert der Zusatz machen vorwarten er muss am Runder ich gehe auf das Wort hatte da auf Engel steht noch einer hier auf den Turm muss man sich doch großen dicken holen der kaputt löst den vorhin da und sind da uns ist noch immer einer und jetzt ist einer eckige Kälter wo das Tor nach dem Räuchten ich habe Prozent Prozent die Wegbewerb der Markus Saarland ist sich das Sturzweig Kölzer von kann ein Sniper wiederbelebt um zu bündeln geht von einem anderen und alles scheiße ganz ehrlich so ich jetzt noch mal da hoch und guck mal ob die Hals auf dem Weg ist ja auch aus dem Haus noch ein Aumann er geht er hier und er hat er er wird mir da genau wird das ist gerade einer mit blöd rum scheiß die erler die er gar nicht 50.000 Euro der Welt umste runter doch nicht so dauern auch der Rassi wiesender auch ich werde jetzt versterben aber das ist mir wird der Oben das ist ein Oralermessern ich habe sie hatten eine Aufforderung ich habe das Dix ab aber ich weiß es macht es die Kapitel zu geben du hast es gekauft wer ist es ja wenn es sich gibt und gibt es nicht der ist doch nur vor aber der schöne Pläne zu machen und es ist ein wie hoch erzählt von ihr und es macht auch und das ist ein Buch Karte wird dort aus der Probe auch von oben das ist kann nicht jeder jedes Hauptsache blau oder Hammer und Kuhn Hammer und Kuhn Hammer und Kuhn Neu Prozent leben Bruder ist nicht so ist es ist rechts wenn auch von zufrieden und immer Werder auch Proben aus Ballern auch schön drücken Punkt geholt vielleicht ist Gitter durchschießen etwa wenn ein Heli daraus zu ballern kommst du ich glaube ich ja nicht mehr hoch Pusteli und so der kann saune der der sautschlich steckt auch steckt ich wieder ein und befragten Fakten 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 Fak die Leute holen uns Eidore Donut Donut dort oder ob auf dem Dachsitz war Schöpfe die Fekte warum haben die auch vorher war wo auch ab geht auch ihr wohl nicht und schluss der HB nicht gerade weg ist ja das ist aber ein neuer bereich über den Weg so altert sich der insamt vier Bereiche auf der Mer wenn wir hier alles haben dann müssen wir noch ein paar Sekunden Prozent mit dem dort und wohl er steht aber irgendwie überwürdig das ist ein starker und rechts für gerade eine einander jetzt im Berghoch wo der Weg ist da genau hier steht die Stadte der Ingegnen hat über die Flanke das ist zumindest hatte Noten man hat mich gekillt auch scheiße auch von hinten kommen die es gibt es nicht der TR Emre ja genau der hat mich schon zum dritten mal getötet der ist der einzige der mich hier umbringt ich bin echt inkompetent und scheiße scheiße, ist auch schlecht oh kacke lol ich bin gerade mal da oben Alter was ist, geht hier ey was ist das denn was ist das ich treff nicht ist wieder der blöde Emre ich kann kotzen oh ja sehr schön ok ich war mal hier bei dir in 2-2-2-Kart oder nein in 2-2-Kart U3 Flagge Pro das sieht nämlich schon geil aus wie die ganze neue Ideen dran setzen ich bin grüße zug während der Zeit es war gar nicht so weiß das das ich bin es ich bin ich bin so wundert mich als von Zauber so eingestellt als in der 50 Uhr so ist nur Richtung aufkommt der Schütze der Atmen Rappen ab nur um 50 Meter daneben das Auto Dings das war schwer das man kann Prozent wenn ich als Pionierer geht 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 die Teilhabe der mit dem Ding abstaubt werden du kannst um das Ding oder eine Ekeler nehmen für den Haus das hat er geholfen zu allerdings dass sie geringer da oder Schäferlern noch gut und falsch jetzt an einem Monat durch die Drogen alles vor Ort der Fahrt aber zu schausten verbraucht werden das ist noch um an dem Ding tun alle die Ränder darauf auf den Bergraum es gibt es nicht es ist ja schon wieder an der schärft wird dann nämlich mal wo bist du denn du Penner ja die Stinger selber FBS Robb besser 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 ja man Bäm auf die Fresse aber rechts und links ja ich kann nicht mal wieder belegen hier und da und in der Seite so oder schießt auch von dir links soll noch einer ne aber unkür Prozent getroffen sich die Füße mehr da kommt erster noch die besagt gibt die aktiviert werden das ist nicht mehr da sind die ganzen Noten eigentlich hält oben so will und so wird es nicht mehr so falsch aber auch zuerst gelacht von wo oder wenn man sich besorgt das bleibt einer aus der Schuss nahe auch toll ging man für mich sagt es gab so schlecht für mich ein bisschen so unterreden so ist er da oben da oben da oben da oben da oben das hat mich nicht wiederbelebt ich könnte man nun die gebrochen durch auch nicht mehr kommen und schweck zu wieder dollar seiner da er hat sich weg ist nicht bezogen er ist nicht mehr er bleibt stehen nicht die haben sich gehabt auch noch hatte ich auch gekriegt ja war aus da wird er mit bis das ein paar sie das gibt es nicht als ein paar Zeichen so viele soll ja immer der HM-RTR bei der HM-RTR das ist auch einer aber das ist nicht mal tot auf das schießt zu spüren ein Fakt auch was ist das bitte ich kann gar nix ich auch für die AEK Nutzung hat er kein Heli ja auch kommen er für das endlich mal einnehmen ganz hatte da gut wir haben ja noch dran nur die Kostür den Namen sagt mir wohl und das ist ein Jahr das freund von um er fand auch leh ist auch ein Modus da er sitzt es hier wie leider von Kronkönig war dann in der Nähe von er hat da und er hat der Fall mein Gott als Erfolge Ernst gemeint er auch die blöde Z jetzt ist es wichtig ich bin gerade mal so weit vorbei geraten wird jetzt gleich der Tod weil ich scheiße wenn ich bin scheiße wie ich kein Treffer mit dem Mörser ach das ist doch beschränkt das schon sehr wichtig ist nur kann ich eben bisher wie es nach vorne kommen hier ist doch scheiße ich weiß dass ich auch so lange auf den Berg drauf ja auch wenn man scheiße die Schütze da jetzt rauszubekommen wir haben es weiter so kommen hat da sind so viele verfluchte Snipers ist das Pionier ja ihr könnt doch einfach probieren Schütze rauszuholen und dann landet der Heli irgendwo dann können wir uns dann immer ich geh selber mal 1 einfach gleich fuck you ich nehme so flammend für um sowohl ist der Homo Heli na ja hinten wo ich sehe nicht mehr doch hier ist dahin ist war allgegner eh immer der Hemmere Fahrzeug und sich macht aber Geld zu kommen so kaputt ja und schulden endlich Schwererbelebung werden die Kalt er ist ausgestiegen um wiederholt in die Schmerzen kann man kann man dieses Ding eigentlich wieder Prozent Stiftung ich habe die Kälte auf die Sorge bei Köln 6 90 Euro zu schützen da kommt viel zu viele viel zu viele oder sind so viel das mal er hat Volk er ist nicht er warum trefft stehen nicht das gibt es doch nicht was ist denn groß die Erbieter denn man hat eine Art 90 hat wenn ich drauf nicht zu tun da kommt ein Stück B es kann nicht sein so schlecht bin ich jetzt auch nicht aber weil man kann und haben auch 79 Tickets das soll man sich nicht wieder reparieren ja natürlich auch vorliebende Prozent wegzockt den ja ich bin doch noch zu uns ja Pionier wir haben sich was wir machen es ist kann immer gleich in den Kopf zu fliegen geht ja doch wie sie ach ich hab mein Prozent denkt mein Kontrolle hat angeschlossen sonst kann ich Kontrolle kann ich gut ich habe nur Kaltkontrolle und ich habe blöse die Welt die Blödsinn ich kann sich ihm so offen bis die Türen wo ich zum Beispiel der Eikopter fliegt schon wieder die Kinder hat gern anscheinend an den Schraub zugeguckt ja da kriegt man sich er spielt ja vielleicht zufällig Sniper oder so er hat auch immer der Heli-Schütze daraus zu bekommen wenn er auf dich zu fliegt durch den so Absurdum kommt auch fitten hält komo tritt sie lieben Prozent kann man unternehmen ja ich hab ich habe auch es hat aus der Bühne aber das Karten tun er ist das Stinger aus der das Erderschlüsse der Jäger ist besser auch der ist kaputt aber gern der Zerba zwischen ja ich komme sofort wieder zurück das war es vor allem einmal diese Fahrt zu kommen so kommen wir schaffen das die auch zu werden es wird der dritte rechts vom Jura mit der Karte da hat man das Sniper es gibt es noch da haben wir uns geht auch bis zum Ausdruck in so ein Haus trainiert sei dass einer von Meister so gut warten ja wie die im ein Wissen wo man ist na klar und schon mal jetzt auch man mit der Pitchy drauf und ballern ich auch gar keine Visierung Art Reflex von Köln sie sind ich habe schon kurz sie in der Schenke ja ich verteidigte ich hier in einem 1 ich bin auch gerade bei den Weißer sie für jahre aber ich kann sich mal wieder begeben aber wenigstens das ist er schießt den ich kann mich nicht ausweichen weil ich bin hier festgepackt fiktig sich der gleiche ab auch ich mit der sich im 320 und mann der schweizte das was kann anders um zuvor loll aber aber dass wir so wohl lief das ist nicht gut wo sind der Helikon-Heli Brot 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 warum habt ihr Blöde Pölz ich hab nur doppelte Munition Höln setzt dort alle immer der Helmholtz-Holz-Holz das so können er ist erhebt ich sehe vor dem Weg zum Platz es braucht man eine Komischkeit rein alles verschwommen ich habe mit der Sleiter und weitergeht ich habe ich habe ihn den Gäts die Komödie ja man ich habe ich habe ihn abgetroffen einmal auch der erschöpft auch Gero doch aber das sind die politikern da ich packe es einfach mal kurz vor Ort er war auch wie ein Mann das gibt es nicht ja nur die Verteidiger haben wir halt dann werden da ja ich finde Teilgarten ich will einfach die müssen und zu überbelten die uns ist es ist es ist Verteidiger auch viel leichter und deswegen als Verteidiger auch noch auch mehr Punkte ja oder wenn du wendelst du musst ja immer nur die Bombe defuser bekommst ja schon 500 Punkte und er bekommst als Angreifer nur die Punkte wenn die Bombe hoch geht bekommt auch Punkte wenn es zwei Euro bekommst ich glaube 100 er sicher war wenn er zum Beispiel die Füße 500 die Schöne jetzt verteidigte man auch gerade bei W wir auf dem Weg können es gibt es auch netz und so einer ich sehe ich gar nicht alle etwas einer ja die die Kenntnis um so viel zu er denn heute hat es gibt es hat ich habe auch das Schausdorf okay ich bin aber hier oben das heißt ich kann von oben da kommen sie gerade in Schöne Bade zu dem Markt das hat die aber von der Karte von dem Problem du bevorragten zu sein ganz erstört aber gern Kostelusse vorab recht viel Tickets ja wohl wird die gerade zu stört haben ja es ist mir jetzt so wichtig da kann man aber auch das kommt und holen die ich vollgrafig weg der fliegt mit weg machten einfach kaputt da nur ein das ist ein statt derzeit habe ich gehört ich bin eingestiegen mit fliegen es ist nicht da kann heben leute wird gesprängt Proklauer hat Reuters ein Eifer aus erbreitet er wurde jetzt fickt eine Mutter vor Ort ist ein Lohr nicht dort als das hatten wir schützen ich fliege ist das nicht schwer jetzt ist von hier oben Prozent als die Rote zu springen es ist richtig gut ach fakt so weit ab und das ist das falsche so da ein bisschen fest Tor, ich kann nicht bei dir spawnen. Ja, ich bin auch tot. Du bist so was. Weil ich zu weit gesprungen bin. So geflogen. Ich wollte auf dem Dach und so einen Millimeter und es hat grad noch mal ein richtiger Millimeter nur gefehlt, bis ich dann auf dem Dach gelandet wäre. Also ich bin auch im Dach, ihr könnt bei mir spawnen, wenn ihr das... Ja, ich auch. Okay. So. Sag mal, wo ist ein Eich jetzt hier? Das ist unterwegs. Oh no. Großspieler Bauter. Ja, Hammer und Kürtel. Doch, das kann die Leiter. Doch, das kann ich nicht. Doch, das kann ich nicht. Doch, das kann ich nicht. Was los? Doch, das kann ich nicht. Boah. 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 Du Sack. Boah. 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 Beistage. Ja. Boah. auch weiter gekült da auch gut was ein Schluck Wasser trinken hält so anstrengend auch Fakim Claymore Oh, ja. Du gehst auch mal rein, so ein Hedi. So schreien alle mal aus. Doch. Ich denke, ich kann bei meinen Spawnback spawnen. Was ist? Ha! Hast du meinen Fall schon mal abgeschossen? Ich glaube, ich bin mitten in der Luft. Ähm... Hatte ich einen Fall schon gezogen und dann bin ich nur mal runtergefallen. Also ich hab ein Hedi unterstützt lassen, von so dass das Ende der Dings kaputt gemacht hat, aber ich bin jetzt auch gestorben. Geht einfach schneller, dass ich irgendwie... Lo, hat jemand Pionier wegen dem Heli, der läuft. Der läuft. Meine Anzeige backt richtig rum, das... Der guckt so blöd und schief. Alter, was ist das? Hm, ich hab ne Spaß, 12. Das fühlt sich so an, als ob ich grad noch um... Ach, scheiß, ja, egal. Als ob ich grad noch so mit nem Fallschirm runterfliegen würde, der hat sich die ganze Zeit sein und her bewegt, zur Seite. Du weißt dich bescheuert. Ach, jetzt was, Moni. Oh, hässlich, hässlich, hässlich. Oh mein Gott, da ist ja direkt über uns hier die Nutze. Ich hab' rausgehauen. Ich hab' rausgehauen. Bei mir ist das Kostümchen. Dann nehmen ihn ein, ich komm' hoch. Ich bin auch oben. Warte, ich hab' mir gedacht. 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 Toll, ich hab' mir gedacht. Ich hab' mir gedacht. Ja, ich kann das so nicht. Ohne Säcke. Komm' runter. Ja, was geht jetzt hier ab? Nichts mehr, oder wie? Wir schenken euch. Ich brauch' nimmer. Gibt's irgendwie was zum Fahren darüber, oder? Weh für der Heli. Willst du mich da einsteigen lassen? Na gut. Na guckt. Was sagst du, ey? Bin mal hier drin. Oh. Okay. Du musstording. Okay, es war nicht sicher, die hier drin zu fliegen, wenn man das nicht kann. Egal, wer wer schlusset sich, durch die Gänge. Ja, aber sowas von. Komm, johnt von da hinten. Ach komm, mal das vor der M-Gest-Stämte darum. Ja. war das ist die Leute in die Beziehung ab und ich und noch auch dort das doch dort borte schon nach dem Flotter Runde auf jeden Fall egal ob auch schlecht ist jetzt kann man das nicht ansehen die KD Katze gleich mal sonst wo hin aber so gegangen so hat von Scheißegal die KD Hauptsachen man gewinnt bei einem Zeitraum jetzt auch wenn noch weiterspielen wollte ja wenn ihr noch weiterspielen wollt dann nehme ich noch weiter mit auf also ich mache jetzt auf jeden Fall ja ich mache jetzt hier einen Katze nochmal mit der Übersicht da waren aber auch einige bei uns ich habe noch 229 GB ich sag mal Tschüss ich auch bis zum nächsten Folge